Deutschland, Deutschland, ja, 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 Deutschland. Hallihalöchen, willkommen bei HerthaGig. Freunde, heute beginnt ja die EM, ja, erstes Spiel gegen Schottland. Und, ähm, ja, der Funken ist noch nicht übergesprungen. Außer gerade in dieser kurzen Szene hier, ja, man sieht ja auch noch gar nicht so viel fahren am Auto, hängen und, äh, es ist immer so, ja. Ich will es auch nicht. Also, da ist Deutschland, glaube ich, mal recht träge. Andere Länder, ich sag nur Italien, ja, und jede Pizzeria feiert schon, ja. Oder Kroatien ist ja auch völlig krass, ey, und feier, ey, was die Schotten gerade abreißen in, ähm, München. Die haben ja ihr Lager dann Garmisch-Partenkirchen, geiler Ort übrigens, ja, mache hier oft Urlaub. Oder momentan nicht so, aber früher als Kind war ich da oft, ja. Und, ähm, wie gesagt, alle außer Deutschland, ja, die sind immer noch ein bisschen träge. Man muss erst mal abwarten, was geht, ja. Deswegen, also, ich weiß auch noch nicht, was geht. Äh, vielleicht mache ich da auch noch mal ein Video. Aber erst mal muss ich hier reinkommen, ja, ins Turnier. Und da warten wir erst mal das Spiel in Schottland ab. Und dann smooth weiter immer sehen, was geht, Freunde. Aber erst mal ein wichtiges Thema. Ein wichtiges Thema heute hier. Mega-Transfer-Update, ja. Weil es werden immer so viele Namen genannt, ja. Und, äh, da gibt es ja so viele Überschriften, ja. Welche Spieler sind fix, ja. Die Neuen, wer soll noch kommen. Das ist ja natürlich auch mega spannend. Dann, wer soll gehen. Und wer darf gehen. Das hört sich oft mal sehr spannend an. Und halten oder verkaufen. Ja, das sind die Überschriften hier für mein Video, ja. Und, ähm, vielleicht sind wir danach klüger. Man muss das alles mal ein bisschen hier in Reihe bringen, ja. Damit nicht alle Namen, äh, durcheinander fliegen. Hm, es ist erst mal sehr spannend, dass, äh, am 24. Juni, ja, geht's ja los. Ganz, äh, locker vom Hocker. Ja, da fängt der Fjell an mit der Vorbereitung. Aber es ist ja so, dass, äh, das Transferfenster, ja. Die Phase geht ja bis zum 1. September. Da ist ja ganz schön viel Futter dazwischen. Und da wird sehr viel passieren. Sehr viel passieren. Erinnert mich so ein bisschen an, äh, Vorbereitung von Pal Dardai, ja. Ja, wo er auch meinte, hm, er war so der Animateur. Ja, er wusste nicht, wer im nächsten Training noch da ist. Also hat er immer so lockere Einheiten gemacht, bis dann Tag X kam und die Mannschaft feststand. Ja, aber man muss ja trotzdem kühlen Kopf bewahren. Und wir reden jetzt über Namen, Freunde. Fangen wir doch mal an, ganz locker. Ja, äh, welche neuen Spieler sind denn jetzt schon fix? Also wir haben ja den Luca Schuler, ja. Der Luca Schuler kam ja von Magdeburg. Ich bin der Meinung, er ist so, so ein Backup von Tabakowitsch, ja. Muss man ihn sehen, muss man ihn sehen. Und vor allem, ich denke mal, dass auch noch zwei Stürmer sonst weggehen. Also brauchen wir den Luca Schuler. Es ist für mich einer, der noch nicht so richtig im Rampenlicht stand. Er kann was, aber hat er bis jetzt eine Saison bei Magdeburg, glaube ich, so gerissen. Muss man ihn sehen, aber der ist erst mal da. Er hat die Veranlagung auf jeden Fall, wenn er ran muss, dann auch hoffentlich zu Knips. Wir werden sehen. Dann ist Kevin Diego, wie auch gern genannt wird, Cesar gekommen, ja, im Mittelfeld von Heidenheim. Ganz wichtiger Transfer, Freunde, ganz wichtiger Transfer. Mittelfeld, ja, fettes Loch, muss gestopft werden. Cesar ist da schon mal einer, der da reinspringt, ja. Dann Julian Eitschberger, ja. Eitschi kennen wir ja, Hallescher FC ausgeliehen. Außenverteidiger, ganz wichtig Außenverteidiger, weil da wird auch noch was passieren. Gut, dass wir ihn zurück haben. Der hat sich bewiesen beim Halleschen FC und das ist nice. Dann Diego Demme, der wäre schon längst da, Freunde, noch so ein Diego, ja. Und ist zwar schon älter, mega erfahren, Leipzig, mega was abgerissen, dann bei Neapel und so weiter. Geiler Typ, ja. Und da können wir stolz sein, dass wir den haben. Aber der darf erst am 1. Juli, am Juli anfangen. Das ist so vertraglich da in Italien geregelt und deswegen ist er noch nicht da. Aber er gehört schon zu der Kategorie, ja, Spieler, die fix sind, Schula, Cesar, Eitschberger, Demme. Ja, die haben schon angeheuert. Wer soll noch kommen? Ja, jetzt ist so eine Personalie, die müssen wir mal ganz kurz besprechen. Es wird immer von Charlie Cresswell gesprochen, ja. Schauen wir uns den mal kurz an, Freunde. Und zwar, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum der besprochen wird, ja. Aber dazu noch erstmal ein paar Fakten. Ich meine, er ist jung, ja, er ist groß, er ist ein Innenverteidiger. Gut, das sind schon mal Sachen, die im Laufe dieses Videos nicht ganz unwichtig sind, ja. Und dann hat er aber bis 27 einen Vertrag, also er ist noch voll fest drin, nämlich bei Leeds United, ja, einen Zweitligisten. Also, ich halte mal fest, junger Spieler, zweite Liga, also Premiership, dann, also zweite Liga, England und langer Vertrag. Vier Millionen Marktwert. Alter, vier Millionen. Also, der wird uns ja nicht geschenkt, ja. Und jetzt frage ich mich mal ganz ehrlich, wie kommt das zustande? Ja, er ist wirklich ausgeliehen gewesen bei Millwall, FC Millwall, auch Premiership, England. Und die Laie ist vorbei und er ist jetzt zurück. Anscheinend hat er da ganz gut performt, ja. Ja, er konnte sich steigern in seinem Marktwert. Aber, ja, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir da auch was mal sagen, irgendwie schreiben. Warum ist der jetzt bei Hertha im Gespräch? Ja gut, der ist ein Innenverteidiger. Gut, werden wir wahrscheinlich dann auch noch brauchen, ja. Aber, äh, vier Millionen, England, Briten machen sich erstmal schwer. Ja, die haben erstmal meistens einen schweren Start, weil bei Kenny nicht anders. Ähm, die brauchen mal ein bisschen, wenn sie von der Insel kommen. Und, ähm, ja. Also, er ist jedenfalls im Gespräch. Könnte kommen, ja. Aber da müssen wir echt gut verkaufen, damit wir uns den leisten. Dann soll noch ein weiterer Mittelfeldspieler kommen. Ähm, der Name steht noch nicht fest. Das wird dann spontan sich ereignen. So, nächste Kategorie. Wer soll gehen? Wer soll gehen? Ja, und ich hoffe, die gehen auch. Also, Wilfried Kanga, ja. Hoffen wir mal, dass der zu KKA-Gent geht. Das ist ja derjenige, der auch mit zusammen, Maoli da, äh, der auch gehen soll, 10 Millionen am besten generieren sollen, die BN. Ja, hatte ich ja ein Video. Könnt ihr gerne mal bei mir schauen. Ähm, ich glaube, ja. Da ging es um diese 10 Millionen, ob ich die nicht genau sehe. Also, bei Maoli da schon gar nicht. Äh, pff. Ich weiß es nicht, aber es wurde so in den Medien genannt. Also, Kanga, ja. Vertrag bis 26, ja. Also, der hat, äh, geleistet. Der hat sich Namen gemacht in Belgien. Der, äh, soll gehen, bringt Geld. Maoli da, ja. Ja, Vertrag bis 25, ein Jahr weniger. Also, den müssen wir jetzt auch wirklich abgeben. Ähm, kommt aus Schottland zurück. Die kaufen den nicht. Den können die nicht kaufen. Oder war nie angedacht. Der ist, äh, im Gespräch bei, äh, in Großbritannien und Frankreich. Äh, dadurch, dass er jetzt mal gemüden Knochen gehoben hat und geleistet hat, kann er ganz gut verkauft werden. Ja, dann, Problemkind, Kilian Nsona, ja. Ja, Vertrag bis 26, war ausgeliehen bei MSK Celina, das ist Slowakei, Slowakei, genau. Äh, in der Nike-Liga, ja. Und, aber, ja, da hat er, da hat er nichts gerissen. Nee, der Junge, der, also, nee, der, der, da sind wir froh, wenn wir den irgendwo hin verkaufen. Obwohl er, äh, es tut mir irgendwie leid, er war auch lange verletzt, der Junge, war ich mal angedacht, äh, als, als Außenflitzer bei uns zu agieren. Aber, nee, das ist wichtig, dass der von der Gehaltsliste runterkommt. Ja, also, soll auch gehen. Und dann, guter Letzt noch, Agustin Roche, ohne Vertrag bis 26, Argentinien, will ihn eigentlich, es ist ein Hin und Her, aber jetzt hat er geäußert, er will gern bleiben. Er will sich fiel vorstellen und sich durchsetzen. Naja, aber jedenfalls, die vier Spieler eigentlich sollen gehen, ja, die Namen merken. Und wir hoffen, dass wir sagen Goodbye und Bringgeld, ja, oder Bringgeld. Adios, Herr mit der Kohle. So, jetzt nächste Kategorie, wer darf gehen? Wer darf gehen? Jetzt, äh, jetzt, jetzt fangen wir an, langsam, ähm, mit schmerzverzerrten Gesicht, äh, hier zu sitzen. Wir alle, ihr, die zuhört und schaut, wahrscheinlich denkt ihr euch auch, oh Gott, die Namen, es tut irgendwie weh. Aber, folgende Namen. Marc-Oliver Kempf, ja, Vertrag bis 26, 1,5 Millionen Marktwert momentan. Und John-Joe Kenny, ja, bis 25, der hat ein bisschen höheren Marktwert, 2,5 Millionen. Diese beiden Spieler sind sehr, sehr teuer, Freunde. Sehr teuer, ja. Und, ähm, die will man wohlmöglich von einer Gehaltsliste runter haben. Die tun weh, äh, und die haben noch diese Altverträge, ja, wo noch in Hülle und Fülle Knete da war. Aber, ich glaube, pfff, gerade bei John-Joe Kenny, der war wirklich gut und Kempfi mag ich ja auch, ey. Okay, aber, wahrscheinlich dürfen die gehen, auch beide eigentlich immer so signalisiert, dass die gerne höherklassig spielen wollen würden. Kenny, ja, aber trotzdem ein guter Move von ihm gewesen, dass er durchgezogen hat. Und Kempfi hatte ja ein bisschen Schwäche, aber zum Schluss kam er wieder. Also, ja, die dürfen gehen, wo es eigentlich weh tut. Und jetzt gibt es welche, die gehen dürfen, wo es vielleicht nicht ganz so weh tut. Ja, es ist erstmal Florian Niederlechner. Ja, so wird gesagt, der hat noch einen Vertrag 25, also ein Jahr. Ich meine, er ist schon älter, es wird schwierig. 500.000 Euro Marktwert würde es, glaube ich, auch nicht so viel geben. Aber in der Summe der Abgänge von Leuten, also mehreren Abgängen von Leuten, die nicht so viel wert sind, haben ja zum Schluss dann auch was gebracht. Ja, und so müsste man mal Niederlechner auch einschätzen. Dufter Typ, cooler Typ für die Kabine, aber auf dem Feld könnte man wahrscheinlich verzichten. Derri Scherhand, ja, Freunde, auch wenn ich jetzt hier ausgebucht werde, bin ich voll dabei. Weg, auf jeden Fall weg. Der hat noch bis 27 Vertrag, ja, er ist kürzlich unterschrieben. 800.000 Marktwert, also, ja, ich glaube, in dem Dreh würde man ihn vielleicht auch verkaufen. Also, so viel kriegt man von Scherhand nicht, weil er nicht viel gezeigt hat. Er hat ja öfter mal die Chance gekriegt, okay, auch wenn es jetzt nicht immer seine Top-Position war, aber trotzdem. Für mich hat er nie das gebracht, was er eigentlich bringen sollte, also, oder was er an Ansage gemacht hat, ja, wo er hingehört, ja. Da redet er immer in England, bla, 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 da sag ich mal, Junge, ich spiele doch erstmal einmal richtig Fußball. Entschuldigung, ja, aber es ist so, es kommt so rüber, ich weiß es nicht, ja. Ja, weiß ich nicht, würde mir jetzt nicht wehtun, persönliche Meinung, wenn Scherhand weggeht, ja. Dann Smile Previac, ja, ein Jahr ist er noch unter Vertrag, 900.000 Marktwert. Irgendwie mag ich den Jungen, ja, aber irgendwie ist er wahrscheinlich derjenige, der auch durchs Sieb fliegt, ja. Also, er bleibt nicht hängen, weil er irgendwie, nee, ich weiß nicht, dazu hat er zu wenig gespielt, zu wenig gezeigt, er hat auch nicht Chancen gekriegt. Er ist vielleicht auch austauschbar, jetzt muss er Schule haben und so. Ich würde ihn gern behalten, auf jeden Fall eher als Niederlechner, aber wahrscheinlich auch ein Kandidat für, er darf gerne gehen. Dann Andreas Buralakis, ja, ja, kann auch gehen, Punkt, ja. Ein Jahr haben wir den noch, hat eine Million Marktwert, werden wir aber nicht kriegen, denke ich, also auf keinen Fall. Kann mich nicht vorstellen, gerade in seinem Alter. Ich glaube, der ist schon 33, oder? Ja, und, ähm, ja, darf auch gehen, also, ähm, weiß ich nicht, zu viel Licht und Schatten, zu langsam und jetzt, wo wir auch im Mittelfeld uns neu aufstellen, passt der auch nicht mehr rein. So, also, Marc, Oliver Kempf, Jonjo, Kenny, ja, die müssten wegen Gehalt, äh, wahrscheinlich gehen, tolle Jungs. Niederlechner, Scherhand, Previak, Buralakis, dürfen gerne gehen, ja, damit sie auch Geld generieren für Spieler, die wohlmöglich wichtiger sind. So, das war die Kategorie. Jetzt halten und verkaufen. Freunde, jetzt wird's, ja, jetzt wird's, äh, eigentlich fast spannend. Ja, fangen wir mal an, Fabian Rehse, ich will's nicht aussprechen, ja, 8 Millionen müsste man bieten. Könnte da Hertha Nein sagen? Vielleicht noch höher, bis 10, keine Ahnung, könnte Hertha Nein sagen? Ich denke mal, wenn da einer kommt, würden sie Ja sagen. Hertha braucht einfach Geld. Ebrahim Maser, mindestens 8 Millionen. Könnte Hertha auch nicht Nein sagen, wenn die auf dem Tisch liegen. Tiag Ernst, würde mir auch wehtun, 6 Millionen. FC Porto ist dran. Das finde ich relativ, ähm, naja, das ist schon ein bisschen mehr als ein Gerücht, glaube ich. Das ist eine Sache, die Futter hat. Bei Maser, Stuttgart, eventuell, aber mit Rehse und BVB, sag ich Nein, niemals nicht. Hat der auch ein Video zugemacht. Warum? Da gibt's nämlich Gründe, warum der nicht zum BVB geht. So, Tiag Ernst, 6 Millionen. Martin Daday, ja, 2,5 Millionen. Marktwert, äh, Vertrag bis 25 in einem Jahr. Deswegen, da muss man jetzt überlegen. Ich glaube, für ihn würde man ein gutes Geld kriegen, weil er jetzt auch in der EM sich vorstellt, brillieren kann und, ähm, seinen Marktwert hochzieht. Und Hertha würde, glaube ich, eine ganze Menge Geld kriegen, wenn sie ihn jetzt noch abgeben. Ja. Ich glaube, auch einer, der von der Truppe auf jeden Fall im Fokus ist und gehen könnte. Haris Tabakovic, bis 26 in Vertrag, 2,5 Millionen Marktwert, hat jetzt die Kanone geholt. Ja, Tusch ist eine Kanone, vielleicht auch im Fokus vieler. Aber er fühlt sich wohl in Berlin, er ist auch schon älter, er spielt eine wichtige Rolle. Ähm, er hat, glaube ich, auch signalisiert, dass er auch ganz gern bleiben würde. Glaube ich mal nicht so. Aber, wer weiß, wenn genug Geld auf dem Tisch liegt, wenn da ein paar Millionen sind, äh, vielleicht, weiß ich, wenn einer sagt, ja, wir wollen Haris für 5 Millionen, würde Hertha sagen. Okay, nehmt ihr mit. Ja, nee, aber ist so. Ja, also von der letzten Kategorie, sag ich mal, halten und verkaufen, würde ich sagen, äh, was da wirklich realistisch ist, sind in meinen Augen Martin Dadai, Tiag Ernst und Maser. Ja, ja, die, äh, sehe ich mal, als die drei, die gehen und werden. Ja, habe ich jetzt einfach mal gesagt. Naja, bei Tabakowicz und Reze hoffe ich einfach, da hoffen wir doch alle, dass die bleiben. Das Duo, Alter. Die müssen knipsen, die müssen uns in die erste Liga, in die Bundesliga knipsen. So. Naja, wie schon erwähnt, bei dem letzten, naja, wir wollen die natürlich alle, die letzten Kategorie halten. Ja, das gilt halt nur, wenn wirklich, äh, fette Millionen auf dem Tisch liegen, dann denke ich, kann Hertha nicht Nein sagen. Aber sie sind jedenfalls nicht verplant in Sachen Transfer. Ja, das sind die Goldkinder, sag ich mal, und da muss man immer reingehen, wenn da was kommt. Ja, Transferfenster, habe ich schon erwähnt, bis 1. September, Leute, da tut sich einiges. Ja, dann sag ich mal, für alle viel, viel Spaß bei der EM. Ich hoffe, wir kommen weit und nicht, dass es nur drei Spiele sind. Glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht im eigenen Land, auch nicht mit der Truppe. Aber, ja, wünschen wir uns mal eine geile EM. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ringehauen.